Ja meine Lieben, ihr seht richtig, ich habe mir Bless Blue Clarification gegönnt und obwohl Mario Kart 8 Deluxe hier für meine Switch liegt, habe ich mir gedacht Da müssen wir mal den Story Mode starten Ich liebe ja Prügelspiele und mal ganz ehrlich, Bless Blue ist ein richtig geiles Prügelspiel Also mittlerweile finde ich, muss ich das auf keinen Fall verstecken hinter Street Fighter oder Mortal Kombat X Ist halt nicht so bekannt, aber geil Vor allem wenn man auf Animes und Prügelspiele steht, das ist ja mal eine geile Kombo Das war es wirklich ... Man hat mehr Jahre, die Zeit für jeden Tag war, ich kam zu Füchern Ich bin wirklich ein Rundsempferent. Aber ... Das war schon immer galt. Sochi's夢 ist es hier, der Ende des Muster Unit. Amateras, das ist der Zeit der Freude. Das ist das Wichtigste. Komm, die Verpflichtung zu werden. Geh das Wichtigste. Geh das Wichtigste. Geh, Origin. Okay, kranke Frau. Eindeutig. Der muss geholfen werden. Central Fiction. So, Central Fiction. Nicht Clarification. So, Central Fiction. 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 So, tipen Sie Punkte. Okay. Okay, ich bin gespannt. Das erinnert mich so ein bisschen an Captain Harlock. Da ist auch so ein schwarzes, wir von den Mazonen bekommen. Das erinnert mich so ein Schwarzes, das ist ein Schwarzes, das ist ein Schwarzes, das ist ein Schwarzes. Das ist ein Schwarzes, das ist ein Schwarzes, das ist ein Schwarzes. Das ist ein Schwarzes, das ist ein Schwarzes. Das ist ein Schwarzes, was die erinnert mich. Ich glaube, dass er ein Schwarzes gibt. Das ist noch nicht so, dass sich dasale Stimme aus dem Mickel hier senden. Denn wenn es dieser Massage der Natur gibt, kann man den Schlecht nicht durchgehen. Es ist in dem Moment, dass man sich das im Hintergrund vor好kontakt. Man kann sich die Sape passes durch, aber das某 G Azul sein wird es noch hochkontakt. Ich werde die Aspekte auf den 3-Mattern berichten, damit ich nicht Gabere, um die Schlecht an zu sagen. Ich habe mich, damit wir das für heute machen. Oh, das ist verdammt viel gequatsche, oder? 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 Aber wie geht's das? Ich habe es jetzt auf die Karte, die Läggen und Blatt-Edge ist. Ja, das ist ein kleines Gehämon, aber es hat sofort verletzt. Ich habe gesagt, ich habe mich nicht verraten, dass ich über den Eingriff verraten habe. Ich habe mich nicht verraten, weil es bei uns nicht verraten ist. Ich habe mich nicht verraten, aber ich habe mich nicht verraten. Ach, ich habe mir das gesehen, wie das hier ist, oder? Ich habe mir nicht geholfen, dass ich es nicht verraten kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, die lösung, die sich mit ihm verraten und wir in den Wissen verraten. Ah, Tzumaki-chan! Jinn? Ja. Kann man nicht mal kämpfen, alle hier so friedlich. Alles so friedlich, so, hallo, schön, dich zu sehen, blablabla. Warum kann nicht mal einer reinkommen und sagen, hey, ich bin hier, um auf die Fresse zu hauen. Nein, natürlich nicht. Ja, ich will dir auf die Fresse hauen. Nein, natürlich nicht, vergib mir. Weil ich dir jetzt auf die Fresse hauen werde. Nein. Weil sie ihn mal auf die Fresse gehauen hat. Dann entschuldigt die sich. Was ist das hier? Ein Antikampfspiel? Nein, aber... Ich will dir auf die Fresse hauen. Darf ich das? Oh, 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 oh. Nein. Du hast auch schon verstanden. Du hast auch schon verstanden. Dann... Lagnasso-Bladd-Edge ist auch der Kisaragi-König. Ich... Ich... Kisaragi-König. Das... Nein. Nein. Erzähl's nicht. Nein! Nein! Und das Leben so, was? Ich... 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 Das Gefühl habe ich manchmal lauter. Was ist das für ein Kampfspiel? 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 Also wer viel lesen möchte zwischen ein paar Kämpfen, der kann sich dieses Spiel getrost kaufen. Was ist das für ein Kampfspiel? Naja, das ist ja wie gesagt auch der Story-Mode. Es gibt ja natürlich noch den Arcade-Mode, wo man schneller hintereinander gekämpft wird. Was ist das für ein Kampfspiel? 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 Kämpfen? Kämpfen? Was ist das für ein Kampfspiel? Was? Was ist das für ein Kampfesuprodukt? Nein, Hidoki! Für diese temperatura카�ель! Irgendwas passiert. Sie ist erregt von dem Embryo. Was an sich eigentlich eine schlechte Kombi ist. Kampf, 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 ich fasse es nicht. Oder? Nein. Was denn jetzt? Boah, ey, ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Das ist doch jetzt echt übertrieben. Episode 2 und ich habe noch keinen Kampf hinter mir. Gibt sich wirklich irgendeine Möglichkeit, das alles zu übers... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Ah, Moment, was war da? Endlich habe ich den richtigen Knopf Verzüglichen Aber guckt euch mal an wie viele Quatsche das ist und trotzdem wird das noch im Schnelldurchlauf gezeigt Was wir da gerade alles überspringen Wird er in diesem Spiel überhaupt gekämpft oder wird er nur gequatscht? Endlich! Wenigstens spiel ich mit dem Richtigen. Das ist der einzige Kämpfer, den ich mag beinne. Musst er als er wieder klarkommen. Ich bin schon so ewig her, dass ich Plastik spielte. Ah, geht's mal. Ja, keine Chance gegen mich. So muss das sein. So muss das sein. So, da wird alles andere auch direkt wieder übersprungen. So ist gut. Bla, bla. Ganz viele Quatsche. Aus der Vergangenheit. Zukunft, Gegenwart. Weiteres, wir quatschen in der Gegenwart. Lustig, haha, wir lachen uns tot. Oh, da ist einer, den kenne ich aus X-Hunter X anscheinend. Oder aus... Ähm... Full Metal Alchemist. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Wieder ganz viel lustiges Gequatsche. Trauriges Gequatsche. Dramatisches Gequatsche. Lustiges Gequatsche. Lustiges Gequatsche aus der Vergangenheit. Noch mehr lustiges Gequatsche aus der Vergangenheit. Dramatik. Traurig. Dramatik. Bla, bla. Was keine Sau interessiert. Komm. Und für die Leute, die es mal interessiert... Kann ich jetzt auch mal, bevor ich anfange zu kämpfen... Mal eben die Kommando-Liste gucken. So. Was haben wir denn da? Zero Gun during OD. Type X. Das ist A oder B. Da haben wir mit C. Da haben wir auch mit C. Auch mit C. Mit A. Wie gehen denn die Super-Sachen? Ich glaube, das sind die hier. Zack. Und so. Dafür D. D war, glaube ich, hier unten. Ah, zweimal nach vorne. Das kriege ich da. Dramatik. 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 Voll easy. Zwar keinen Super-Moofing gekriegt, aber trotzdem sah das schon richtig Knorke aus. So, ich unterbreche mal das schnell vor. Ja. Also. Ich mach mal Save. Und Return. Wir hätten halt noch... Ey. Nicht Return. Äh. Story Selective. So. Also, das ist, wie gesagt, der Story-Mode. Oh. Und da gibt es so viele... So viele Storys noch zu sehen. Hör auf. Ja. Nicht gegen andere Leute. Weltweit spielen. Replay-Theater. Item Shop. Im Item Shop. Da kann man, äh... Hier seht ihr Location Test Voices. Ähm... Zum Beispiel freischalten. Oder verschiedene neue Farben für Charaktere, die man im Spiel nutzen kann. Jetzt möchte ich euch noch mal kurz den Arcade-Modus zeigen. Und... Ja, dann haben wir eigentlich schon das... Äh, großartig. Da spielen wir durch. Hier haben wir halt jede Menge Charaktere zur Auswahl. Also, es sind wirklich genug da. Wie man sieht. So, wen nehme ich denn jetzt mal? Also, mit ihm spiele ich wirklich am liebsten. Oder habe ich früher immer bei Blast Blue gespielt. Aber mittlerweile sind da so viele, ich weiß gar nicht mehr, wer was ist. Ich muss sagen, das Charakter-Design ist auch geil. Also, den nehme ich gleich. Ich will nur einmal nochmal durchschalten, damit wir alle mal gesehen haben. Also, die haben schon Kreativität auf höchstem Niveau. So, hier kann man auch die Farbe dann aussuchen. Ihr seht 23... 24 verschiedene Farben. So, Technical Control-Type Designed for Experience Fighters. A Simplified Control-Type. Ja, war ja. So, und da kann man auch verschiedene Ekte sich aussuchen, die man da spielen möchte. Crossbite. Da haben wir noch verschiedene Daten über unseren lieben Kämpfer. Gegen Arrakune. Gegen Arrakune. Erstmal zurück. Und nochmal in die Kommando-Liste gucken. Dass sie schub können, haben wir. Hissu, Tetsu, Uuzo. Ja, der hat gut, der hat gut, äh, moves. Uses 100%. Wow. Bäm, 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 Junge! Zack. Bäm, 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 bäm. Zack. Keine Chance, der Gute. Ich gebe es zu, ich kann kein Japanisch. Ich kann nur Ikitakimasu sagen. Und das auch nur, weil ich so viel Naruto geguckt habe. Ja, der kommt mir voll bekannt vor, der Typ. Ohne N'Gai. Oh, ich bin so gut. Naja, hat ihm nicht viel gebracht. Ja, die Kontrollen sind super. Da kann man nichts gegen sagen. Ihr seht ja, ich habe das voll im Griff. Voll im Griff habe ich das. Ich gemeinsame Say loss- алаarenden geben- Jwal 개 course ! Gebe, bitte Gebe, bitte Gebe Gebe- Gebe, bitte Gebe. Gebe. Bäm, bäm, bäm. Stand down. Ich möchte dich nicht weiter verletzen. Ja, und so geht es dann natürlich weiter durch alle Stages. Das kennt man ja von den ganzen anderen Prügelern. Das ist keine große Überraschung. Ich finde, die sind sehr schön animiert. Nur, ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht so verpixelt dann dran sind. Das ist natürlich stylisch. Ich liebe ja Pixel. Ich komme ja aus dieser alten Pixel-Zeit. Aber ich hätte mir dann doch die Texturen feiner gewünscht. So, direkt als Antwort. Ein Finish hinterher. Ich wünschte, ich würde mal einen super Move hinkriegen. Aber irgendwie scheine ich dafür zu gut zu sein. Ja, das ist auf jeden Fall Blast Blue. Na? So, ja, Main Menu. Blast Blue, äh, das war nicht Clarification. Ja, ähm, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht den Daumen nach oben. Central Fiction. Blast Blue Central Fiction. Ich wollte euch das nur mal anzeigen. Hätte es sein können, dass es vielleicht einen von euch interessiert. Wenn ja, wie gesagt, vergesst den Daumen nach oben nicht. Und, ähm, ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Blast Blue alle Teile verfolgt habt. Weil das ist eine zusammenhängende Story von Blast Blue zu Blast Blue Teil. Und, äh, ja, ob ihr da das schon mal gespielt habt. Ob euch das interessiert. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Stay tuned, euer Gameplay macht. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.